Heyo, ich bin Simio und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind endlich dabei, wir haben endlich die Patch Notes. Lange erwartet, wir haben glaube ich einen Monat lang auf einen neuen Patch gewartet, der so ein bisschen Balance-Änderungen bringen wird. Der ist jetzt endlich da, der wird heute Nacht, also morgen, am 2.3. dieser Patch rauskommen und da sind coole Sachen dabei. Zum Beispiel der Lulu-Nerf ist dabei, der Olaf-Nerf ist dabei. Einige Sachen fehlen leider, einige Sachen sind ein bisschen komisch. Aber egal, wir werden ihn jetzt einmal durchgehen und mal schauen, was da so aktiv gemacht wurde. Zuallererst, Katharina wurde ja schon jetzt glaube ich 4-5 Mal angekündigt. Katharina wird kommen, zwar nicht morgen direkt, aber Katharina wird auf jeden Fall released werden. Das ist ein Assassin für die Midlane und es wird wieder ein, das sind die Skins, die kommen werden, nicht so interessant, nicht so relevant. Und Katharina, es wird wieder ein Event kommen, ja. Und bei diesem Event wird man Katharina gratis freischalten können. Also müsst ihr euch keine Punkte zurücklegen. Ihr könnt, so wie in den meisten anderen Events, Katharina einfach gratis freischalten. Soviel dazu. Und dieser Patch hat extrem Fokus auf AD-Carries gelegt. Ziemlich viele AD-Carries sind hier angepasst worden, verschlechtert worden, verbessert worden. Und wir fangen mit dem ersten AD-Carry direkt an, das ist die gute Ash. Die erste Fähigkeit kriegt wieder Cooldown, ähm, weniger Cooldown, bedeutet im Endeffekt ein bisschen mehr Damage. Die erste Fähigkeit ist diese Fähigkeit, wo ihr so ganz viele kleine, schnelle Schüsse rausballert. Ja, ist eine gute Sache, Ash ein bisschen am Schwächeln, aber ich finde sie nicht schwach. Also ich finde es okay, hätte man nicht machen müssen, ist aber eine nette Änderung, ja, zu haben. Der nächste ist Darius. Hier steht vor allem, Darius funktioniert auf höheren Leveln schlechter. Ähm, das heißt eher so im Late Game. Entweder meinen sie Late Game oder sie meinen in höherer Elo, eins von beiden. Ich bin mir nicht sicher, was genau sie davon meinen. Ähm, ich fand der Darius ziemlich gut, ich fand ihn gebalanced, ich fand ihn nicht zu schlecht, ich fand ihn nicht zu stark. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob ich den Buff, den er bekommt, der gar nicht mal so wenig ist, ja. Heilung dazu, bis 45%. Ähm, ich weiß nicht, ob der nötig wäre. Ja, ich hätte ihn, glaube ich, so gelassen. Ich fand der Darius komplett fein. Also ich fand, er war jetzt nicht zu schwach, ich fand, er wäre nicht zu stark, von daher weiß ich nicht, ob das hätte sein müssen. Genauso wie Ergreifen. Ähm, das ist da, wo er so ranzieht. Einfach mal nochmal eine halbe Sekunde mehr Slow drauf. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob er den Buff hier gebraucht hätte. Ich habe, glaube ich, gerade Nerf gesagt. Ich glaube, ich hätte den Buff nicht gebraucht, aber Darius Spieler werden sich freuen. Okay, für mich ist der irrelevant. Ja, ich finde, den hätte er nicht gebraucht. Der gute Ezreal, der wurde ja immer ein bisschen schlechter gemacht. Ich fand Ezreal aber immer noch relativ gut in der Meta, muss ich sagen. Ich habe ihn ja auch selber gespielt, auch in der Halo. Und er kriegt wieder einen kleinen Buff, aber nur fürs Late Game, also wirklich minimal. Das ist der mystische Schuss, das ist ja eine erste Fähigkeit, die immer so einen kleinen Schuss rausballert. Die kriegt dann auch ein bisschen Damage. Ja, ab Level 2 auf dem Ding habt ihr ein bisschen mehr Schaden im Late Game. 15 mehr Damage. Ist okay, kann man mitnehmen, wie gesagt. Ich fand Ezreal fein. Ist ein kleiner Buff, kann man, kann man sich gönnen. So, darauf haben wir alle gewartet. Ja, der beste Held im ganzen Game wird hier hart genervt und das ist die gute Lulu. Die Leute haben keinen Bock mehr. Die Leute haben keinen Bock mehr gehabt. Lulu wird stark genervt, was auch natürlich Sinn macht bei dem Helden. Erstmal die Grundwerte. Leben wird runtergeschraubt. Sehr gut, das heißt, es stirbt schneller. Lauftempo, das ist gar nicht mal wenig. 5 Lauftempos, nicht wenig. Das bedeutet, sie hat Schwierigkeiten, um die Map zu kommen. Schlimmer in die Mitte laufen oder so. Das ist nicht wenig. 5 Punkte. Ja, das klingt wenig, ist aber nicht wenig. Die zweite Fähigkeit, Laune. Das ist diese Verwandlungsding, wo ihr dieses Ding auf den Boden legt. Wenn jemand durchläuft, dann wird er verwandelt. Die Dauer, die die Person verwandelt ist, wird runtergesenkt um extrem viel. 0,25 Sekunden ist nicht wenig in diesem Spiel. Erstmal ein schöner Nerf auf der zweiten Fähigkeit. Das hier ist das Schild. Das ist die dritte Fähigkeit, das Schild. Oder es kann auch auf den Gegner platziert werden. Dann habt ihr Damage auf dem Gegner und ein bisschen Vision, da wo sich der Gegner befindet. Die Schilddauer wird um die Hälfte verringert. Das heißt, ihr müsst aktiver schilden. Das heißt, wenn ihr vor einem Fight seid und vor dem Fight schon ein Schild drauf packt, dann ist das Schild vielleicht schon weg, wenn der Fight beginnt. Ihr müsst jetzt aktiver sein mit den Schilden. Außerdem könnt ihr nur noch auf 6 die Wirkreichweite, also die Reichweite, die ihr haben müsst, um jemanden mit der Fähigkeit zu treffen. Ob es ein Gegner ist oder ein eigener Spieler, wird verringert um einen Punkt. Das ist eine gute Sache. Ich fand, die Range war sowieso zu lang. Ultimate ebenso wird auch nur die Wirkreichweite verringert. Das heißt, ihr müsst wieder näher an den Leuten dran sein, um da ulten zu können. Und das war es auch schon. Es klingt jetzt nicht so stark. Ich denke schon, dass Lulu dadurch ein bisschen hart genervt wird. Sie wird aber immer noch viable bleiben. Sie wird aber wahrscheinlich nicht mehr der Held sein, den ihr jede Runde als ersten Pick oder so nehmen müsst. Finde ich ganz gut. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass sich das irgendwie macht. Und ich hoffe ansonsten, dass ihr nochmal einen Hardennerv bekommt. Diese Wirkreichweite ist ganz gut. Das verringert so ein bisschen, dass ihr in der Laning Phase euch immer so gratis einfach angreifen kann. Das ist gar nicht mal so wenig. Ein Punkt runter auf die 6. Ist okay. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr noch gemacht, aber es ist schon in Ordnung. Missfortune, habe ich ja immer erwähnt, ist der beste AD Carry im ganzen Game. Vor allem, wenn man keine Lulu mit dabei hat. Kriegt er auch wieder einen heftigen Nerf ab. Also wirklich einen heftigen Nerf. Vor allem, vor allem im Competitive war sie ja Pick Bun, haben wir ja gesehen auf meinem Kanal. Morgen kommt, by the way, ein neues Turnier-Video. Gerne vorbeischauen. Grundwerte. Grundwerte reduziert weniger Rüstung. Das heißt, ihr werdet schneller sterben, wenn ihr gegen andere Leute kämpft, wie zum Beispiel andere AD Carries. Weniger Lebensregeneration. Das bedeutet, ihr könnt mit wenig Leben nicht so lange auf der Lane bleiben, weil es länger dauert, um euch wieder hoch zu regenerieren. Automatisch. Man hat ja immer eine automatische Lebensregeneration. Die wird sehr stark verringert. Um drei Punkte. Der Grundwert für Lebensregeneration. Das bedeutet, dass ihr auch weniger Lebensregeneration dazu bekommt, je höher ihr im Level kommt. Jedes Level kriegt ihr ein bisschen Lebensregeneration. Die wird allgemein verringert. Außerdem, das ist hier die Passive. Die macht ja immer bei dem ersten Hit so ein bisschen mehr Damage. Das wird einfach verringert gegen Vasallen. Das heißt, ihr könnt weniger die Lanes auspushen. Ein bisschen weniger auf Vasallen. Und gegen Monster macht es auch 50%. Das war aber schon immer so. Dieser Schaden. Ihr könnt damit weniger schwer die Lanes auspushen. Ihr könnt weniger Druck auf der Lane ausüben, weil ihr einfach weniger Schaden macht auf den Vasallen. Und es wird schwieriger sein, für euch zu Last-Hitten. Dass ihr die Passive anstupsen. Ansonsten Ingame nochmal durchlesen, was genau die macht. Diese Grundwerte, das tut ihr ein bisschen weh, denke ich. Sie wird aber overall trotzdem nicht schlechter. Was aber passieren wird in diesem Patch. Jeder AD Carry wird schlechter werden. Da kommen wir aber gleich noch zu. In diesem Patch werden so gut wie alle AD Carries ein bisschen genervt. Vor allem aber auch Miss Fortune. Und auch Draven zum Beispiel. Wir gehen mal kurz weiter. Miss Fortune Nerf. Ist okay. Olaf Nerf. Bin ich nicht zufrieden mit. Gehen wir jetzt drauf. Erstmal die Grundwerte werden verringert. Rüstung. Was ist das vor allem bedeutend für ihn? Im Jungle wird er mehr Schaden bekommen. Ja, ihr werdet nicht mehr so einfach durch den Jungle kommen, ohne viel Leben zu verlieren. Aber ihr habt ja die Sache, dass ihr euch sowieso viel hochheilt. Von daher wird das nicht so viel Unterschied machen. Aber ihr seid auf jeden Fall angreifbar. Angreifbarer vor allem in den Early Levels. Ja, mit 5 Rüstung weniger. Wenn da ein Leaschen auf euch springt, der macht auf jeden Fall mehr Schaden. Außerdem Angriffsschaden geht runter im Early Game. Einerseits relevant. Ja, für den Jungle Clear. Andererseits habt ihr eure E-Fähigkeit, die sowieso nicht wirklich mit AD skaliert und super viel Damage macht. Und diese E-Fähigkeit ist die Fähigkeit, die Olaf auch so super, super broke macht. Also die dritte Fähigkeit ist das E. Dieser True Damage, der auch noch so ein bisschen Aue-Effekt hat. Und diese Fähigkeit wird leider nicht genervt. Die bleibt immer noch auf der gleichen Stärke. Denn es wird nur die Axt genervt. Diese Axt hier so reißwirft. Ja, und dann wieder einsammeln kann. Da wird die Verlangsamung ein bisschen runtergepackt. Das heißt, ihr könnt leichter vor Olaf weglaufen. Und die Dauer wird verringert. Ja, Verlangsamungsdauer. Wie gesagt, den Nerf finde ich nicht so stark. Ich denke, Olaf wird immer noch ein extrem starker Held sein. Vor allem wegen seiner E-Fähigkeit. Ja, Olaf macht Ultimate an, rennt rein, drückt einmal E und der ADC ist Two-Shot. Das ist so das Problem mit Olaf. Aber wie gesagt, er wird ein bisschen schwächer und ich hoffe, man sieht ihn weniger. Ich hatte in den letzten Tagen echt wirklich keine Lust mehr zu spielen, wenn ich irgendwie Olaf oder so ein Gegnerteam hatte. Ich hoffe, man wird ihn ein bisschen weniger sehen. Der gute Varus, wieder ein AD Carry. Wie gesagt, das ist irgendwie der Patch der AD Carries. Kriegt einen kleinen Buff durchdringender Pfeil. Das ist der Pfeil, den er auflädt. Ja, kennt ihr? Das sieht dann so aus. Und dann wird die Reichweite immer länger und dann schießt er dann rein. Cooldown geht runter, ist okay. Kann man machen. Ist in Ordnung. Cooldown geht runter, kannst du öfter in der Lane reinpoken. Ihr könnt öfter allgemein damit reinpoken. Habt vielleicht ein bisschen mehr... Ein bisschen bessere Teamfiles etc. Ich find's in Ordnung. Kann man machen. Hier steht schon drin, Varus ist schon fast ein richtig guter Champion. Ich bin mir nicht so sicher. Vor allem nicht wegen dem, was noch kommen wird. Varus ist leider genauso wie Vane hier. Varus, Vane. Der nächste AD Carry gleich. Beides leider nicht so AD Carries, die super gut im Game sind zur Zeit. Auch wenn das hier drin steht. Meiner Meinung nach. Die gute Vane wird gebufft. Und zwar... Die dritte Fähigkeit ist verdammt. Das ist dieser Schuss, den sie auf euch macht. Dann schießt sie euch nach hinten. Und wenn ihr dann irgendwie gegen einen Tower fliegt oder gegen eine Wand oder so, kriegt ihr Schaden. Dieser Schaden wird erhöht. Und gar nicht mal wenig. Das ist aber nicht unbedingt das, was Vane stark machen wird. Außerdem wird die Ultimate, der Cooldown um 10 Sekunden im Early Game verringert. Wie gesagt, auch nicht so relevant. Vor allem nicht wegen dem, was noch kommen wird. Vane wird trotzdem weiterhin gar nicht so ein guter Held bleiben. Bin ich mir ziemlich sicher. Die beiden Änderungen sind nicht so das Problem, dass Vane hat. Ja, da fehlt einfach der Schaden. Und diesen Schaden hier... Naja. Das ist nicht der, der Vane big macht. Wie gesagt, wird Vane nicht helfen. Vor allem nicht wegen der Änderung, die gleich noch kommen wird. Xayah, der nächste AD Carry, Patch der AD Carries, wird hart gebufft. Xayah kam ja raus und viele Leute waren enttäuscht. Viele Leute haben gedacht, okay, den Held finde ich irgendwie wack. Der kann gar nichts. Oh, Boys. Jede einzelne Fähigkeit von Xayah wird gebufft. Außer der passiven. Erste Fähigkeit. Sind diese zwei Federn, die ihr nach vorne schießt, wird gebufft. Einfach mal flat. Mehr Damage drauf. Zweite Fähigkeit. Aktiviert ihr. Und dann könnt ihr diese Feder nach vorne schießen. Mehr Attack Speed. Zehn Prozent. Zehn Prozent auf jedem Level ist sehr, sehr viel. Wird gebufft. Kling Rückrufer. Das ist das, wenn ihr diese Feder nach vorne geschossen habt. Dann nochmal die Fähigkeit und dann kommen die Federn wieder zu euch zurück. Ja. Damage wird gebufft. AD Skalierung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen BF Sword habt, wird mehr von diesem AD, was aus diesem BF Sword ist, angerechnet. Also ihr macht mehr Schaden, wenn ihr mehr Items habt. Und die Abklickzeit geht runter. Ja. Ist okay. Also mehr CC für die Duelane. Ultimate kriegt auch einen starken Damage Boost. Im Late Game fast 100 Schaden. Ich hoffe, Xayah wurde nicht overbuffed. Ja. Das hier ist schon sehr, sehr viel. Ja. Das ist fast... Nicht fast verdoppelt, aber das ist schon eine Menge, was hier auf Level 1 gebufft wird. Angriffstempo ist gut. Aber, wie gesagt, alle AD Carries werden ein bisschen verschlechtert. Ähm. Ist okay. Ist okay. Kann man machen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Xayah wird besser. Ich hoffe, sie wird nicht broken. Rakan Xayah kann man vielleicht wegen dem Lulunerf jetzt sogar öfter spielen und sehen. Also Rakan Xayah. Die Kombination kann man eventuell öfter sehen. Ja. Könnt ihr euch darauf einstellen. Gegenstände. Klinge des gestürzten Königs. Ähm. Wird genervt. Der Angriffsschaden geht runter. Das ist ja das Item, Blade of the Ring King, was jeder AD Carry gebaut hat. Wirklich jeder. Das hat eine Miss Fortune gebaut. Das hat einen Draven gebaut, weil das Item overall einfach so stark ist. Vor allem, weil man auch diesen Lebensraum will und den passiven Effekt. Und zwar wird der Angriffsschaden runtergerechnet. Ja. Und das Angriffstempo geht hoch. Das gleitet sich aber nicht so aus. Ja. Es ist einerseits vielleicht gut für Helden wie Varus. Für Helden wie Vain. Ja. Die ein bisschen von Attack Speed profitieren. Aber es gibt zu wenig On-Hit Items. Ja. Hier steht dran. Das Klinge des gestürzten Königs die Hard verändert wird. Ja. Und es gibt einfach zu wenig On-Hit Items. Deswegen ist das Attack Speed gar nicht so relevant. Bei diesem Item. Weil ihr nicht auf die Attack Speed bauen könnt. Ihr habt keinen Ginsenus oder so. Ihr habt keinen Rage Blade. Angriffsschaden geht runter. Das bedeutet zum Beispiel, es sind ja so 10 Attack Damage. Aber dann denkt ihr, okay. 10 Attack Damage bedeutet zum Beispiel für Kaiser. Ja. Kaiser. Das Grundbild auf Kaiser war zum Beispiel Blade of the Ring King bauen. Und dann einen BF-Squad bauen. BF-Squad ist by the way dieses Item hier. Moment. Ich zeig's euch. Normalerweise konntet ihr mit BF-Squad. Ja. Mit dem BF-Squad. Also Blade of the Ring King. Und diesem BF-Squad konntet ihr auf Kaiser die erste Fähigkeit brocken. Ja. Das ist cool. Konntet ihr evolven. Geht jetzt nicht mehr. Der fehlen jetzt hier in Attack Damage. Und overall tut das weh mit dem Attack Schaden. Angriffstempo, ja okay. Und das Lauftempo Entzug wird auch verringert. Das bedeutet, normalerweise, wenn ihr dreimal Schaden gemacht habt und Blade of the Ring King habt, dann macht ihr einen Debuff auf den Gegner, der dem die Laufgeschwindigkeit raubt. Ja. Und das wird auch um eine Sekunde verringert. Das ist nicht wenig. Ja. Von drei auf zwei ist eine Menge Zeit. Weil es wirklich eine Sekunde weniger ist. Es ist wirklich ein Drittel weniger. Und wie ich schon meinte, das ist ein Nerf. Auch für jeden AD Carry. Zum Beispiel eine Jinx. Mal gucken, ob die das noch baut als First Item in Draven. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr bauen auf Draven. Man muss mal schauen. Aber es ist auch eine Änderung für alle Leute, die zum Beispiel gerne Jax spielen. Ja. Oder andere Melee-Helden, die Blade of the Ring King gerne bauen. Und zum Beispiel ein Yasuo freut sich da sehr drüber, dass die Passive, das sind ja 6% des aktuellen Lebens des Gegners, wird als normaler Schaden gedealt. Ja. Auf 9% erhöht. Das ist fast 10% Leute. Und Yasuo freut sich da extremst drüber. Also, es wird verbessert für Melee-Helden, verschlechtert für AD Carries. Ja. Hat jeder AD Carry gebaut. Jeder. Und wie gesagt, das ist ein Nerf. Das ist nicht unbedingt ein Buff für Varus oder so, das ist trotzdem ein Nerf. Ja. Auch wenn ihr 5% mehr Attack-Speed draufstehen. Genauso wie Blade of the Ring King auf jedem AD Carry gebaut wurde, wurde Leandris Qual gefühlt auf jedem AD Carry gebaut. Das ist das gute Item. Wird ein bisschen verschlechtert. Fähigkeitsstärke wird von 90 auf 70 gesenkt. Das bedeutet, wir reden auch gerade wieder über Kaiser. Kaiser kann mit Leandris Qual ihre zweite Fähigkeit nicht mehr evolfen. Das reicht nicht. Und die Gesamtkosten bleiben unverändert. Das Item wird immer noch gleich teuer sein. Aber die Kombinationskosten sind teurer. Normalerweise brauchte man ja geisterhafte Erscheinung und noch das andere Item. Und wenn man beide hatte, hatte man 800 Gold gezahlt. Um sie zu kombinieren, da braucht man jetzt ein bisschen mehr. Liegt auch daran, dass die Kosten von geisterhafter Erscheinung gesenkt werden. Aber geisterhafte Erscheinung selber wird auch noch genervt um 10 Ability Power. Wird aber günstiger overall. Ja, kann man machen mit Leandris. Aber, ich sag mal so, das Problem an Leandris waren nicht unbedingt die 20 Ability Power. Das Problem von Leandris, ich hab's hier gerade mal offen. Das Problem von Leandris, ja, ist die passive Madness und die passive Torment. Und Madness, 2% mehr Schaden, jede Sekunde, die ihr im Combat seid. Was am Ende 10% mehr Damage ist. Ja, das ist eine Menge. Und es geht auch nicht unbedingt drum um diese 20 Attack Power. Es geht vor allem um diese Madness und um diesen Dot, den Torment noch mit drauf macht. Ja, dass ihr den Gegner verbrennt. Denn, wenn ihr zum Beispiel in Orianna seid, die Orianna, übrigens nicht genervt in diesem Patch, fände ich super ätzend, Orianna seit Beginn der stärkste Mitleiner überhaupt, wurde gar nicht angefasst. Könnt ihr immer noch abusen. Und wenn ihr so eine Orianna habt, die steht dann aber mit Champion, prockt ihre Champion Rune, hat 10% mehr Damage, prockt dann noch ihr Leandris, dann ist sie auf 20% mehr Damage. Und das tut richtig weh. Und das ist so ein bisschen die Stärke von Leandris. Overall ist natürlich Leandris jetzt trotzdem schlechter gemacht worden. Kann man, kann man machen. Es wird aber immer noch ein Score-Item und es wird immer noch ein sehr, sehr starkes Item sein. Hier sind nochmal die kostenlosen Gelder. Das war der Patch leider schon. Ich hatte mir viel, viel mehr hofft. Ich hatte mir irgendwie ein bisschen neue Features oder so gehofft, das wäre cool gewesen. Blade of the Ring King wird jedem AD Carry ein bisschen wehtun. Leandris Caval wird jedem AP Carry ein bisschen wehtun. Blade of the Ring King wird natürlich für Melee-Helden besser. Ein Yasuo freut sich, ein Jax freut sich zum Beispiel. Kaiser Buff ist vielleicht ein bisschen viel gewesen. Müssen wir jetzt schauen, wie sich es entwickelt. Vayne Buff war nicht so relevant. Die wird immer noch schlecht sein, vor allem wie die Blade of the Ring King. Ihr Core-Item wurde verschlechtert. Dann Varus, sein Core-Item, Blade of the Ring King, wurde verschlechtert. Die beiden haben immer noch keine On-Hit-Items wie Witzend oder wie Rageblade. Ja, deswegen sind beide immer noch nicht so stark. Der gute Olaf, der übrigens auch das neue Blade of the Ring King bauen kann. Ja, wollte ich euch nur sagen. Macht man wahrscheinlich nicht, aber viel zu schlecht, der Nerf. Ich hätte mir da mehr erhofft, vor allem für die E-Fähigkeit, für die S3. Die Miss Fortune wird mehrfach genervt. Ja, erstmal die Grundwerte werden runtergepackt, genauso wie Blade of the Ring King. Was ihr natürlich auch sehr wehtut. Miss Fortune wird wahrscheinlich keins mehr bauen, ich bin mir da nicht so sicher. Lulu Nerf ist okay, ich hoffe, das war genug. Ich hoffe wirklich, dass es genug war und Lulu nicht immer noch so dominant ist. Esrael, na gut, ich glaube, der wird nicht viel ändern, dieser Buff hier. Darius, hätte man nicht machen müssen. Ja, ich fand den sowieso schon stark, vor allem in der Low-Elo ist der, glaube ich, richtig böse. Ash, kann man machen, wie gesagt, ähnlich wie Esrael. Ist okay und das waren die Änderungen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Patch hält. Wie gesagt, ich finde es okay. Ja, ich finde es okay. Man hätte mehr machen können. Oriana fehlt, definitiv. Und dabei danke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nachher im Stream. Und dann bis Lenni. Macht's gut. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020